Wir sind tatsächlich schon am Ende angekommen, denn das hier ist tatsächlich ein Ende. Wir reden heute über Schatten der Vergangenheit, den ersten Roman in der Hand von Thrawn-Reihe. Oder Hand des Thrawn, das wird im Deutschen auf zwei verschiedene Weisen geschrieben, ist völlig gleichgültig. Hand of Thrawn. Also, was genau ist die Hand des Thrawn? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wir beginnen ganz am Anfang mit der Thrawn-Trilogie. Die begann 1991 rauszukommen. Und dann 1993 war sie abgeschlossen, alle drei Teile waren raus. Und Bantam hat sich danach an andere Autoren gewandt und die haben ihre eigenen Bücher rausgebracht, ihre eigenen Standalones oder Trilogien oder Zweiteiler oder was auch immer. Aber es war immer vorgesehen von Bantam in ihrem Plan, dass Timothy Zahn zurückkehren würde, sobald Bantams Vertrag ausläuft. Und dass er den letzten Star-Wars-Roman unter Bantam schreiben würde, der die ganze Handlung abschließt, weil Zahn eben auch diese Handlung begonnen hatte mit der Thrawn-Trilogie. Und hier ist, was wir wissen. 1995 wurde bereits festgelegt, dass Luke und Mara Jade ein Paar werden würden. Das wurde allen Autoren gesagt, dass sie sich darauf vorbereiten sollen, das wird kommen. Und Zahn hat das dann in diesem Zweiteiler umgesetzt. Das war eine von Zahns Voraussetzungen fürs Schreiben dieser Story. Die andere war, dass der Konflikt zwischen der Neuen Republik und den imperialen Restwelten mit der Hand des Thrawn endgültig beendet werden. Wir haben hier somit das Ende des Galaktischen Bürgerkriegs, der in der Original-Trilogie begann und dann nicht wirklich endete, aber er transformierte sich in etwas anderes, weil jetzt war die Neue Republik an der Macht und die Imperialen waren die Underdogs, die da gegen die Regierung vorgingen. Aber das hier beendet das alles. Es ist also ein wichtiger Meilenstein. Und das hier fällt in dieselbe Kerbe wie die Thrawn-Trilogie. Denn, und das hört man immer wieder, sagt man Neueinsteigern ständig, wenn ihr mit Legends anfangen wollt, mit dem Star Wars Expanded Universe, startet am besten mit der Thrawn-Trilogie. Es ist der beste Einstieg. Es ist wichtig. Es ist das Äquivalent einer Sequel-Trilogie. Und die Hand des Thrawn ist ähnlich. Wenn ihr ein Ende haben wollt, zwischen dem Krieg mit der Neuen Republik und den imperialen Restwelten, dann müsst ihr das hier lesen, denn das hier ist das Ende dieser Storyline. Und mein Gott, es ist wirklich ein grande Finale. Ich hab's vorhin schon gesagt, Bantam wollte, dass Sahn das letzte Buch schreibt. Betonung auf das letzte. Ja, aber wieso sind's dann im Original zwei Bücher? Ja, weil der Roman, der ursprünglich den Titel Hand of Thrawn trug, viel zu lang war. Und dann haben sie gesagt, okay, das ist viel zu lang, wir schneiden das einfach in zwei Bücher. Und Sahn hat das dann gemacht. Und dann wurde es eben ein Zweiteiler statt einem einzelnen Roman, der alles abschließt. Und dann kommen wir zu der Tatsache, dass das hier im Deutschen eine Trilogie ist. Darüber werde ich mich in den nächsten zwei Videos wahrscheinlich mehr aufregen. Aber Junge, das ist so selten dämlich, ich kann es kaum in Worte fassen. Gleich vorweg nur so viel, falls ihr euch fragt, wie das aufgeteilt wurde. Im Deutschen. Sie haben den zweiten Band, Vision of the Future, zu deutsch Blick in die Zukunft, in zwei Bücher aufgeteilt. Blick in die Zukunft und Der Zorn des Admirals, wo sie sich einfach selbst irgendeinen Titel ausgedacht haben. Ich hasse es so sehr. Und glücklicherweise ist das das einzige Mal, was Star Wars angeht, dass ein Buch so aufgeteilt wurde. Das haben sie früher sehr oft gemacht. Mit Fantasy-Büchern, mit Stephen-King-Büchern weiß ich, dass sie das oft gemacht haben. Und das pisst mich an. Sie machen es immer noch. Man guckt zum Beispiel diese Game of Thrones Bücher von George R. R. Martin. Es gibt keine Ahnung, Dutzend davon im Deutschen, einfach weil die jedes Buch in zwei teilen. Es ist so selten dämlich. Und es ist so ein offensichtlicher Cash-Grab, um einfach noch mehr Kohle zu scheffeln. Es gibt keinen anderen Grund. Und nein, zu sagen, oh, aber es wäre doch dann zu lang und das ist doch ja was... Nein. Nein. Absolut nein. Nein. Ich habe Bücher hier in meinen Schränken. Die sind 1800 Seiten lang. In einem Band. Wisst ihr, wie lang Vision of the Future im Deutschen gewesen wäre? 800 Seiten? Und ja, das ist wesentlich dicker als dieser erste Band, Schatten der Vergangenheit. Aber das sprengt nicht den Rahmen. Das hätte man locker ein Buch dabei belassen sein können. Das hätte einfach ein Buch bleiben sollen. Aber nö. Weil, keine Ahnung, wir brauchen halt mehr Geld. Das sagte der Verlag. Und die Star Wars Fans sind solche Vollidioten. Die kaufen doch alles. Denen geht es eh nur um die Marke. Wir können da jeden Scheiß durchziehen, den wir wollen. Okay. Macht euch drauf gefasst. Dieser Rant kommt auch in den nächsten zwei Videos. Zur Hand von Thrawn. Aber reden wir dann jetzt endlich über was Gutes. Und das ist die Story hier. Also, ohne weiteres Vorgeplänkel. Die Hand des Thrawn oder die Hand von Thrawn. Wie gesagt, das wurde umbenannt zwischen den originalen Taschenbüchern und den E-Book-Ausgaben, die 2014 rauskamen. Ist völlig egal. Ist dasselbe. Schatten der Vergangenheit von Timothy Zahn. Erschienen 1997. Die Story beginnt sofort mittendrin. Uns wird direkt klar gemacht, wie es um das Imperium steht. Von dem wir jetzt seit längerem nichts mehr wirklich gesehen haben. Chronologisch gesprochen. Wir erinnern uns. Die Corellia-Trilogie. Nee, da war das Imperium überhaupt nicht drin. Das war Fracken Salzolo und die Corellianer. Davor war es halt Rebellion der Verlorenen. Nee, das war Kühler und seine Sache da. Aber davor war es die Schwarze Flotte. Nee, das war es auch nicht. Das waren die Evitaner. Das letzte Mal, als wir ein vereintes Imperium gesehen haben, war in Darksaber. Wo Dala ihre Macht an Pellion abgegeben hat. Und Pellion wurde dann zum Großadmiral. Und das ist er hier in dieser Reihe immer noch. Er ist der Oberbefehlshaber der imperialen Streitkräfte. Und er untersteht sozusagen dem Rat der Moffs. Aber er hat absolut die Macht über das Imperium. Er befehligt alle ihre militärischen Streitkräfte. Also Pellion ist definitiv der Boss. Und Pellion ist klar geworden, das Imperium ist vollkommen am Arsch. Keine Überraschung. Und jetzt hat er sich entschlossen. Er will einen Waffenstillstand mit der Neuen Republik schließen. Um zu verhindern, dass das Imperium komplett stirbt. Darum begibt er sich auf die imperiale Festungswelt, Bastion. Und er bespricht seine Pläne für das Friedensangebot mit dem Rat der Moffs. Die regieren. Aber nicht wirklich. Pellion hat hier auch einen absoluten Boss-Moment. Wenn er ihnen sagt, ihr werdet mich in diesem Vorhaben unterstützen. Sonst nehme ich die gesamte imperiale Flotte und bin weg. Und dann könnt ihr mal sehen, wo ihr bleibt. Und gleich vorweg, ich werde es immer wieder betonen, Pellion ist so geil. Pellion ist mein Lieblings-Star-Boss-Charakter. Okay, im Großen ist es Luke, aber Pellion, der beste Expanded-Universe-Charakter. Dieser Kerl ist so hammergeil. Ihr müsst die Bücher selbst lesen, um euch ein Bild zu machen. Doch jedenfalls ist einer der Moffs, nämlich Moff Dysra, nicht wirklich begeistert von Pellions Friedensplänen. Und er hat schon eigene Pläne geschmiedet, wie er die neue Republik stürzen will. Dafür verbündet Dysra sich mit einem ehemaligen imperialen Ehrengardisten, Grodin Tears, und einem Schwindler aus dem äußeren Rand namens Flim. Und diese drei Charaktere sind unsere Bösewichte in dieser Reihe. Und ich habe ganz ehrlich, bis zu diesem erneuten Lesen, war mir nie klar, wie großartig dieses Trio als Bösewichte ist. Wir haben Dysra, diesen alten Mann, er ist bitter und er fürchtet, dass seine beiden Mitverschwörer, die ganze Verschwörung ihm aus den Händen reißen werden, dass sie seine Pläne ruinieren werden. Wir haben Grodin Tears, einen jüngeren Mann, der ein Geheimnis verbirgt, das ich nicht spoilern werde, aber es wird im dritten Band aufgelöst. Und wir haben Flim, er ist im Grunde Sepp Brannigan aus Futurama. Und der Plan dieses Trios ist es, die neue Republik glaubend zu machen, dass Großadmiral Thrawn zehn Jahre nach seinem Tod wieder auferstanden ist. Und dafür brauchen sie eben Flim, denn er ist ein geübter Schwindler und gibt sich als Thrawn aus. Er ist ein Mensch, er sieht aus wie Thrawn, aber sie haben ihm die Haut blau gefärbt, Haare gefärbt, rote Kontaktlinsen rein, Stimme passt auch. Und so soll das Ganze ablaufen. Das ist kein Spoiler, es wird sofort klargestellt, okay, Thrawn ist nicht wirklich zurück. Denn das ist vielleicht die Befürchtung, wenn man den Klappentext von dem Buch liest, dass man sich denkt, oh, bringt Timothy Zahn Thrawn tatsächlich zurück? Und er macht sofort in den ersten paar Kapiteln klar, nö, nö, vergesst es. Das hier ist was Cleveres. Und ich finde es witzig, dass Zahn diesen Weg beschritten hat für die Story, denn das hier war im Grunde Tom Veitchs Idee für Dark Empire, das Dunkle Imperium, wo er einen Typen in eine Darth Vader-Rüstung stecken wollte, der so tut, als wäre er Darth Vader, um so das Imperium wieder zu motivieren. Ja, und wir wissen ja, wie es zwischen Veitch und Zahn damals stand, dass die beiden sich hassen. Und ich finde es einfach witzig, dass Zahn dann diesen Handlungsstrang selbst gemacht hat, halt eben mit Thrawn jetzt als Stelle von Vader. Also, wir haben unser böses Trio, sie versuchen die Friedensverhandlungen zu sabotieren, sie haben damit größtenteils Erfolg, weil Pellion hat einen Abgesandten losgeschickt, um General Bel-Iblis das Angebot eines Friedens zu unterbreiten, aber er wurde von Disra's imperialen Anhängern abgefangen. Das ist der eine Handlungsstrang. Der nächste Handlungsstrang beschäftigt sich mit Luke und Han, die sind beide bei einer diplomatischen Mission auf so einem Planeten, wo sie es plötzlich mit einer Gruppe von Piraten zu tun bekommen, die sie abwehren müssen. Und während dieses kleinen Gefechts spürt Luke, dass sich an Bord der Piratenschiffe Klone befinden. Und hier der Twist gleich vorweg, denn das ist ein bisschen verwirrend, muss man den Kopf anschalten. Diese Piraten arbeiten für Disra, den Imperialen, und im Gegenzug für ihre Dienste stellt er ihnen Klone zur Verfügung, die noch aus der Zeit von Thrawns Klonkampagne stecken, aus der Thrawn-Trilogie. Luke stellt dann selbst ein paar Nachforschungen an gegen die Piraten, er will wissen, was da los ist, woher könnten sie diese Klone haben, und er hat auch die Vermutung, okay, das sind wahrscheinlich Überreste aus der Zeit von Thrawn. Und dabei trifft er auch kurz auf Mara Jade, und hier gibt es schon ein bisschen Foreshadowing, dass sich zwischen den beiden etwas entwickeln wird. Es ist kein Spoiler, wir wissen alle, dass es so kommen wird, aber hier wird nur ein bisschen vorgeshadowed. Der Großteil Luke und Mara Handlung findet im nächsten Buch statt, oder in den nächsten zwei, im Deutschen, wie gesagt. Hier beginnt dann quasi auch ein neuer Handlungsstrang, denn während Luke und Mara sich da bei dieser Piratenbasis befinden, entdecken sie ein mysteriöses, fremdartiges Raumschiff. Sie haben sowas noch nie in der Galaxis gesehen. Und Mara nimmt die Verfolgung des Schiffes auf und folgt dem fremden Raumschiff bis auf eine Welt namens Neroan, wo sie schließlich landet, aber dann gestrandet ist. Sie geht in eine Höhle, sie stößt sich den Kopf an, sie verletzt sich, wird ohnmächtig tatsächlich für einige Zeit. Und schließlich, als Luke Skywalker davon erfährt, bricht er auf, um sie zu retten. Denn zuvor hatte er eine Vision, dass sich Mara in ernster Gefahr befindet und vielleicht sogar droht zu sterben. Das ist die große Sache, das wird im zweiten Band und im dritten, im Deutschen, wesentlich wichtiger. Okay, hier ist, wie gesagt, dieser erste Band ist nur Setup. Wie bei den meisten Büchern, über die ich bisher gesprochen habe in den Trilogien. Erster Band, Setup. Zweiter Band, dritter Band, Payoff. Okay. Und damit kommen wir zur Haupthandlung, nehme ich mal an. Auf Wayland, wir erinnern uns, der Welt, bekannt aus der Front-Trilogie, wo sich der Mount Tentis befand, Palpatines persönliche Schatzkammer. Da macht Leia gerade mit ihrer Familie Urlaub. Mit den Kindern, Jason, Jaina, Anakin. Chewie ist auch da. Und die Nogri, die sie bewachen. Und sie erwischen dort einen Dieb, der für das Imperium arbeitet, der gerade dreckige Datenkarten aus den Trümmern des Mount Tentis stiehlt. Eine davon trägt den Titel Die Hand von Thrawn. Es ist jedoch unklar, was darauf ist oder worum es sich bei dieser Hand von Thrawn handelt. Doch eine andere Datenkarte ist wesentlich wichtiger und löst einen großen Konflikt aus. Denn auf einer Datenkarte finden sich Informationen über das Massaker von Kamas. Und hier ein bisschen Backstory. Der Planet Kamas wurde von äußerst friedliebenden Aliens bewohnt und er wurde schon früh zur Zeit von Palpatines Herrschaft komplett vernichtet. Auf brutalste Weise. Das wird hier erstmals erwähnt. Chronologisch haben wir schon davon gehört. Zum Beispiel in der Kampf des Jedi. I-Jedi von Michael Stackpole der ja eng mit Timothy Zahn befreundet war und sie haben da auch zusammengearbeitet und Stackpole hat viele Elemente aus der Hand von Thrawn in I-Jedi mit eingebaut. Und wir hören noch direkter von den Ereignissen auf Kamas in der Coruscant Knights Reihe von Michael Reeves. Diese spielt nur wenige Wochen oder Monate nach den Ereignissen in Die Rache der Sith und da hört unser Hauptcharakter davon was sich auf Kamas ereignet hat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt in der Geschichte in der Hand von Thrawn-Reihe hier ist Kamas ungefähr auf einer Stufe mit Alderaan und diese Datenkarte die entdeckt wurde offenbart dass in die Vernichtung von Kamas eine Gruppe Botaner verwickelt waren. Und jetzt dreht der gesamte Senat der Neuen Republik vollkommen am Rad. Sie wollen Genugtuung sie wollen Gerechtigkeit für den Planeten Kamas und die dort fast schon ausgerottete Spezies der Kamasi und deshalb wollen sie die verantwortlichen Botaner erledigen und wenn das nicht möglich ist wollen sie einfach es den Botanern heimzahlen. Gleichzeitig nehmen viele Spezies diese ganze Krise zum Anlass ihre eigenen Feindschaften wieder auszugraben und sie benutzen Kamas als Entschuldigung ihre eigenen Gegner anzugreifen. Das ist tatsächlich auch eine nette Verknüpfung zu das letzte Kommando dem letzten Teil der Front-Trilogie denn wir erinnern uns ja dass der Senator der Botaner Borsk Felaya sehr besorgt war was sich im Mount Tentis alles befinden könnte und Zahn hat das hier in dem Roman weiter ausgebaut was Felaya gefürchtet hat war die Offenbarung dieser Tatsache dass Botaner in die Vernichtung von Kamas involviert waren. Also das sind die großen Handlungsstränge Luke und Mara haben ihren eigenen Handlungsstrang auf dieser Welt in Neroan wo sie versuchen herauszufinden was es mit diesem fremdartigen Alien-Raumschiff auf sich hat und in der Republik droht es zu einem Bürgerkrieg zu kommen wegen dem ganzen Zeug rund um Kamas und die einzige Lösung ist es eine Kopie des Kamas-Dokuments zu finden und die ganze Krise wird angefeuert von unserem Bösewicht-Trio rund um Dysra Tears und Flim der als wieder zurückgekehrter Großadmiral Thrawn für Unruhe sorgt und die Imperialen motiviert und auch die neue Republik in Angst und Schrecken versetzt da er sich keinem geringeren als Landokalrissien zuerst offenbart und ich bin noch nicht mal annähernd durch mit den ganzen Handlungssträngen denn darauf komme ich dann in den nächsten Videos definitiv noch mehr zu sprechen hier drin sind so viele Handlungsstränge ihr müsst diese Reihe direkt am Stück lesen ihr könnt nicht sagen ich lese mal Schatten der Vergangenheit dann warte ich eine Woche dann lese ich Blick in die Zukunft nö 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 ihr solltet das wirklich sofern es euch möglich ist am Stück lesen denn oh mein Gott hier drin sind so viele Handlungsstränge es ist unfassbar es ist aber anders als bei Kevin Janderson da habe ich mich ja auch beschwert mit der Jedi Academy Trilogie mit den ganzen Handlungssträngen die einfach nur unnütz sind und zu nichts führen und nichts tun das ist hier anders die ganzen Handlungsstränge haben einen gewissen Punkt sie hängen zusammen sie haben Einfluss aufeinander das macht sie schon mal besser aber es sind wirklich sehr viele es ist eine enorme Anzahl zum Beispiel die ganze Jagd nach dem Kamas Dokument wir haben Bel Iblis der sich auf die Suche begibt wir haben Talon Card der sich auf die Suche begibt zusammen mit einer Mistrill Schattenwächterin namens Shada Dukal die wir schon kennen sie war in einer Kurzgeschichte aus Palast der dunklen Sonnen welche ebenfalls von Zahn geschrieben wurde Hammerstab und sie war tatsächlich ein kleiner kleiner Nebencharakter in Zahns Front Trilogie und Shada übernimmt hier irgendwie die Mara Jade Rolle aus der Front Trilogie ihr werdet es verstehen wenn ihr es lest es ist es ist okay es hat einen Payoff aber es ich weiß nicht es ist ein klein bisschen unnütz aber insgesamt ist Schatten der Vergangenheit ein guter Setup für den Rest der Story das hier ist definitiv erst der erste Akt hier wird alles vorbereitet der Grundstein gelegt und dann in den nächsten Büchern geht es so richtig ab und glaubt mir da geht es ab hier drin sind schon viele Handlungsstränge aber das wird in den nächsten zweien oder besser einem Buch noch wesentlich schlimmer ansonsten gibt es da nicht mehr allzu viel zu sagen zum Roman ich meine was soll ich groß es ist Timothy Zahn wenn ihr die Front Trilogie mochtet wird euch wahrscheinlich auch das hier gefallen wie gesagt Zahn kann schreiben keine Frage die Charaktere sind gut getroffen Pellion ist immer noch mein Favorit sag ich euch und der glänzt hier der glänzt in dieser ganzen Reihe Pellion bester Mann Luke ist auch gelungen sein persönlicher Konflikt in dieser Reihe darauf komme ich im nächsten Video mehr zu sprechen weil das ein bisschen aufgelöst wird dort der er kann die Gemüter scheiden im Grunde das Setup hier ist Luke fragt sich warum manche Leute inzwischen irgendwie Angst vor ihm haben und wie er seine Kräfte einsetzt und das wird im nächsten Band aufgelöst und ja dazu komme ich noch aber Luke ist gut geschrieben Leia Han Mara sind alle gut getroffen Chewbacca und die Kinder werden sofort entsorgt die werden abgeschoben die sind entweder auf Coruscant in der Wohnung oder Chewie nimmt sie dann später in der Handlung mit nach Kishik die Kinder und die machen da Urlaub während im Rest der Galaxis die Story abgeht ich nehme an Zahn wollte halt einfach nicht zu viel er hatte keinen Platz für die Kinder und Chewie und wollte sie einfach weg haben das hat er in seinen anderen Büchern auch manchmal gemacht mit Charakteren wie jetzt zum Beispiel in Treueschwur und einsame Entscheidungen er hatte keinen Platz für die Droiden 3PO und R2 also hat er sie einfach rausgeschrieben und ich möchte es nochmal betonen die Bösewichte haben mir dieses Mal wesentlich besser gefallen ich nehme an beim ersten Mal Lesen bin ich einfach nur so durch und dachte mir interessant interessant aber jetzt beim erneuten Lesen Dysra Tears und Flim sind so ein geniales Trio ihre Kapitel in denen sie ihre Pläne hier auswerkeln in denen sie Thrawn auferstehen lassen mit Flim als den Schauspieler dafür ist ein es ist einfach geil ich finde es einfach wirklich gut und es ist eine nette Abwechslung im Vergleich zu vorigen Romanen wo wir einen zentralen Bösewicht hatten es ist eben nett wir haben diese drei Schurken alle mit ihren eigenen Motiven und Sachen und die vertrauen sich gegenseitig nicht ich finde es sehr nett sehr sehr nett also Schatten der Vergangenheit erster Teil der Hand von Thrawn Reihe absolut empfohlen es ist wie gesagt quasi schon Pflichtlektüre das hier ist mehr oder weniger das Ende der Ära der Neuen Republik denn bald schon beginnt ja die Ära des Neuen Jedi Ordens sicher davor befindet sich noch Zeug wie Junior Jedi Knights Young Jedi Knights ein, zwei Romane aber das hier ist das Ende des Konflikts zwischen Neuer Republik und Restimperium es ist ein guter erster Akt aber er könnte vielleicht ein bisschen langweilen wenn ihr euch denkt das ist nur Setup jetzt wird hier nur aufgebaut was noch passieren wird es ist ein bisschen langweilig und im zweiten und dritten Band geht es dann richtig ab und darüber rede ich dann beim nächsten Mal mit Blick in die Zukunft das ist nicht der Roman Vision of the Future es ist die Hälfte vom Roman Vision of the Future und das wird im Deutschen dann mit Der Zaun des Admirals abgeschlossen ich werde mich wie gesagt noch ausgiebig über diese schwachsinnige Aufteilung aufregen aber Schatten der Vergangenheit klare Empfehlung sehr gelungen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal